Formen soll es sein für die nächste Survivor-Runde, die gar nicht geplant war, aber weil ich dumm bin, doch zustande gekommen ist. Und zwar versuchen wir uns wieder mal an Blood Rush und ich hole mir einfach direkt einen Chase rein. Ich habe jetzt auch noch Lucky Star mit dabei und werde dann einfach mal hoffen, dass ich damit irgendwas schaffe in meinem Leben. Sie hat aber gar keinen Bock auf mich. Ich chase sie jetzt. Irgendwie ist das ganz komisch. Ähm. Okay. Ich bleib weiter hier. Und lass mich dann einfach da. Ich will wirklich nicht viel. Außer gedownt werden, während nicht alle Generatoren gefinisht sind. Ich habe Bidoué auch noch auf der Record mit dabei. Einfach so. Einfach so. Lucky Star wurde Bidoué gebarft. Reden wir nicht allzu viel drüber. Ich habe es einfach mitgenommen, um es mitzunehmen und das ist es eigentlich. Reden wir nicht allzu viel drüber. Ist irrelevant, ist uninteressant, ist trash. Okay, dann gehe ich halt an den Generator dran. Let's go. Aber wo ist die Huntress? Wo zur Hölle ist die Huntress? Du hattest ein Safe Down gehabt. I'm sorry. Haha, schade. Komm, bleiben wir hier. Bleiben wir hier. Let's try. Sie ist leider nicht allzu gut. Oh, sie läuft aber straight durch. Die Lady meint sie ernst? Ich dachte schon, ich hätte sie gebrochen. Nice try. Mal erst mal hier reinlaufen. Nein! Verlass mich nicht! Bitte! Ich lauf dir in die Arme! Ey, wirklich. Ich, 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 ich tue alles. Danke! Ich muss ihr wirklich einen Free Down geben. Damit sie überhaupt akzeptiert, dass ich existiere. Bruder, ich will einen Perk zeigen. Einen Perk. Ich verlange nicht viel. Ich verlange nicht viel. Das ist nicht viel verlangt. Wirklich nicht. Okay. Okay. Noch mal aktiviert. Und let's go! Die Menge! Jetzt haben wir insane Distance. Okay. Wir wissen wenigstens schon mal, beim Dumb-Tacken ist sie auf jeden Fall eine, die sich nicht umdreht und einfach swingt. Das ist ja auch schon gut to know. Ich würde gerne noch mehr Dumme-Plays abziehen. Hallo? Bitte, geh auf mich. Bitte. Ich will wirklich von dir rausgetannt werden. Bitte. Nimm mich... Imagine, du bist ein Killer und der Survivor kommt von oben geflogen. Das hatte ich auch schon ein paar Mal und es fühlt sich gut an. Es fühlt sich... Okay, die Mates denken sich wahrscheinlich, ich bin vollidiot. Sie haben auch recht, aber... Bitte, Huntress, chase mich. Ich will nur gechased werden. Bitte. Ich flehe dich wirklich an. Blood Rush value. Aber bitte nicht den Generator poppen. Warte, Chef. Chef. Lauf, Mates. Ich glaube, ich habe den Down ein bisschen zu spät gegönnt. Aber ey, einmal haben wir es gesehen. Ein zweites Mal wird es aber anscheinend nicht geben. Nee. Egal. Ich will es so oder so... Nur einen Chase mit dir haben. Junge, warum willst du mich nicht chasen? Warum hast du Noah das Huntress? Ich wollte nur einen Chase. Ich wollte nur einen Chase. Sie wollte mich nicht handeln. Bitte töte mich wenigstens. Bitte. Sag mir wenigstens, du willst mich töten. Ich bin wirklich gerade der masochistischste Survivor. Bitte. Aber ich werde nur ignoriert von ihr. Wirklich. Einen Chase am Anfang und dann hat sie mich nur ignoriert. Danke für den Tod wenigstens. Danke für den Tod. Mein Gott, das kann doch nicht so schwer sein. Mein Gott, das kann doch nicht so schwer sein. Ich will nur einen Chase. Es ist nicht viel verlangt. Es ist nicht viel verlangt. Bloodrush value. Bloodrush jetzt auf jeden Fall ein guter Anti-Tunnel-Perk. Und Cinko over and fucking out, nachdem ich einfach nur ignoriert wurde von meinem Highschool-Crush. Und Cinko auf jeden Fall ein guter Anti-Tunnel-Perk.